Peace Freunde, ich bin Loco und wir sind heute als SIK unterwegs, nicht alleine, mit Bimo und wir sind auch irgendwie, wo ist er, wo ist er hier, wo bist du hin, hallo, wo bist du denn, ich bin doch bei den, bei den, bei den Kabinen, so, ich bin hier schon vorne, du bist schon losgefahren Leute, auf jeden Fall, wir haben heute Plan, ich brauche Cash und man kann nicht so viel als Beamter verdienen und deswegen brauche ich mehr Geld, also lassen wir uns heute, fangen wir Verbrecher und lassen uns von dem Geld geben und ja, ne. Genau, wir sind korrupte Cops, Alter, wir schnappen uns heute die Verbrecher und schnappen uns aber auch gleichzeitig deren Beute, Leute, wir lassen sich nämlich frei, wenn sie uns Kohle geben, aber dafür müssen wir erstmal ein paar Crimes fangen, jetzt. Ja, das stimmt, also vergesst nicht, wenn ihr neu seid, den Kanal zu abonnieren, viel Spaß bei diesem Video. So, ganz genau, Leute, wir brauchen nämlich... Das ist alles Polizei hier. Auf jeden Fall, wir sind korrupte Cops, Leute, aua, jetzt hört doch mal auf, mich hier mal anzufahren. So, aber nebenher werde ich auch nochmal ganz schnell hier ein bisschen... Ach, nö, der ist schon weg. Oh, wo will er denn hin? Oh, ein bisschen blitzen, sagst du? Ares Tankstelle, Leute, wir fliegen. Wow, ey, oh, erst mal das Schild mitgenommen. Das gefällt der BMW, schneller hältst du da, oh, die. Oh, da ist auch schon einer, ey. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist er schon im Auto? Äh, ja, so. Ja, ja, oh, 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 ja, ja. Alter, Alter, Alter. Oh, ich fahre ihn hinterher, ich fahre ihn hinterher. Ja, er fährt geradeaus, er fährt geradeaus. Ja, ja, ich bin auch wieder on the road. Ja, ich check das auch nicht. Ich glaube, ich habe gelesen, du darfst ihn nicht zu nah an Autos platzieren. Also nicht nur deinem Auto generell an Autos. Oh, ey! Oh, Alter, lol. Ey! Sabotage! Sabotage! Was mich so sabotiert, Alter? Echt? Junge. Junge, der fährt nur im Kreis. Oh, Alter. Und weg ist er. Junge, hinterher, schnell! Jo, er hat so Zorbs genommen, Leute. Hier, 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 Stress. Wo? Ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen. Ja. Adam haben wir. Äh, Tankstelle, guess and go. Guess and go, guess and go. Komm, ich komm, ich komm. Guess and go. Zwei Sekunden für den Taser, Leute. Erdschlagringe, der ist auch Crime. Der ist auch Crime. Okay, okay, okay. Bin gleich da. Ah. Da bin ich auch. Ja, nein, ey, der wurde mir gestealt. Egal, ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen. Warte, 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 warte. Ich habe einen, ich habe einen. Junge! Ja, mach das! Ah, schade. Nein, es hat nicht geklappt, es hat nicht geklappt. Nein! Oh. Oh, Junge, lass ihn blockieren, dass er nicht rauskommt. Oh, nee, er ist schon raus. Alter. Nee, nee, das Auto meine ich. Oh, komm, ey. Okay, so, ja, ja. Er kann, wir können es ja noch beim Gefängnis abholen. Aber lass erst mal hier unseren Dude machen. Hier, lass mal in die Ecke fahren. Ach, ja, genau, genau, genau. Okay. So, mein lieber Herr. Wo ist denn der? Hier vorne. Oh, was ist hier? Oh, oh. Oh, was ist hier los? Bitte verlassen Sie. Oh, ey, please. So, Leute. Warte noch, bis er weg ist. Ja, ja, ja. Okay, okay, jetzt. Jetzt weg, er sei. Jetzt. So. Alles klar, Kollege. Für 8K lassen wir dich frei. Du musst sie mir schicken. Falls du das checken. Ich hoffe. Schüsse. Oh, da hinten geht irgendwas ab. Ich schütze mich hier in der Ecke mal so ein bisschen. Okay, da wird er rausgelobt, ja. Okay, Leute, okay, Leute. Okay. Pack ihn hin. Ja, er hat noch nichts geschrieben, oder? Nee. Deswegen. Ich glaube, der wird es auch nicht checken, dann. Ja, okay, ich lasse los. Ziel auf ihn. Ja. Obwohl, nee, lass den einfach. Lass den einfach. Lass den einfach. Ja, lass den einfach wegbekommen. Ja, oder so. Okay, Leute. Dann haben wir auch antwortet. Ich habe auch nur noch zwei Minuten. Ja, dann spreche ich sie rein. Alles klar, Leute. Der wollte leider nicht freigelassen werden. Dann wird er verhaftet. So, ab ins Gefängnis mit dir. So, zack, zack. 30 XP auch nur. Also der war jetzt auch nicht hochkriminell. Mercedes sucht. Und ich habe den nächsten. Lol. Ich habe den nächsten. Eifer. Mercedes, ey, ey, hier auf der Brücke bei dir. Ja, ja, aber hier ist ja einer. Direkt hier vorne, der weggefahren ist. Oh, nein, ein Polizist ist geschaut. Wenn du von hinten kommst, dann sperren wir ihn ein. Ich habe ihn jetzt gerade gefesselt. Er vertraut sich nicht weiterzufahren. Oh, dad, wo bist du? Hier bei der Brücke. Ja, 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 direkt vor dir. Ich bin doch an dir vorbeigefahren. Er läuft, er läuft, er läuft. Er hat eine Waffe. Er hat eine Waffe, er hat eine Waffe. Er hat eine Waffe, er hat eine Waffe. Ja, ja, Ramin. Du siehst ihn, ja, genau. Ja, ja. Ja, wow. Wo ist er denn? Lol, lol, nein. Er hat sogar ein Sturmgewehr. Oh, mein Gott. Pass auf dich auf, Bimo. Ah, ah. Ich muss ein, ich muss ein Energy trinken. Oh, nein. Oh. Hab ihn. Hast du? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, nein, 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 Alter. Eee, ey, ey, ey. Lol, 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 lol. Ich wusste es so sehr stein. Mach ihn mal. Hast du ihn bei ihm vielleicht nicht aus Versehen? Nein, 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 nein. Okay, okay. Alter, was für Asoziale. Ist er vielleicht kriminell? KI? Kann sein. Mach mal, äh, Stop 6. Ah, ah. Ich bin eingestiegen. KI. Ich gucke mal. Ich gebe dir 8K, sagt einer. Ja, lass dich bestechen. Okay, okay, okay. Okay. Warte, ich fahre den anderen Weg. Ne, wobei, ich fahre da hinten hin. Ich bin, ich fahre jetzt gerade unbemerkt in diesem Audi mit. Vielleicht wird er gleich kriminell. Er ist leider gerade... Fahrzeugladen wird ausgeräumt. Wechselladen. Ja. Oh, hier ist gerade jemand. Oh mein Gott, der einen Automaten einfach ausraubt. Komm zu mir, komm zu mir, Automaten beim Krankenhaus. Ey, oh mein Gott, der hat mich hops genommen. Ich habe ihn, ich habe ihn. Den einen jetzt, äh, versuchen wir... Ja, ich habe auch einen. Ich bin bloß Krankenhaus ohne Auto. Ich habe kein Auto, deswegen. So, okay. Müsstest du mich einmal kurz mit deinem abholen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 7. Dann mal gucken. Okay, Leute. Ich glaube, er sendet 8K. Oder? Brauchst du nicht lange? So, einmal ins Krankenhaus hier. Für 8K lass ich dich frei. Habe ich hier jetzt nur Dingspieler oder was ist hier los? Ich glaube, er überlegt. Hallo. Ey, bei mir ist meiner, glaube ich, schon wieder irgendein Konsolenspieler. Okay, BMO ist auch gleich da. Der will klauen, der will klauen hier. Stell rein mit dem, stell... Der hat okay geschrieben, also lass mal in irgendeine Ecke fahren. Okay, okay, okay. Warte, erst mal müssen wir den Polizisten da irgendwie dribbeln. Okay, 8K dann gleich. Gut, gut, gut. Ja, hier ist doch gut. So, alles klar. Aber wirklich. Ja, der kommt hier nicht raus, ne? Also, wir lassen ihn hier hin. Jo. Und dann ziel schon mal, ne? Ziel schon mal auf ihn. Ja, 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 ja. Ich hab mich ja interessiert. Ich bin gespannt, Leute. 8K. 8K. Okay, ich bin... Ich bin... ...gespannt. Ich werd Polizist. Ich werd Polizist. 8K. Steht. Aber send 8K. Ich werd hier gleich ungemütlich... Oh, das geht nicht. Jetzt muss er wieder von vorne anfangen, glaub ich. Auch wenn er angefangen hat. Nee, der hat ja Handy nicht mehr draußen, deswegen. Ja, stimmt schon. Wie? Digga, jetzt reicht's aber ab im Knast mit dir. Also, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Startet dann ja einfach neu, sobald der... Nee, nee, nee. Er lief schon bei einer Minute dann weiter, aber der muss ja einmal endkriminal sein und wieder kriminell sein, wahrscheinlich. Vielleicht hast du einen Teil mal als Krimineller, der einmal freest. Ja klar, wenn er einmal um ist, bist du einmal frei, ne? Denn danach fängt er einmal wieder von vorne an. Aber... Jo. Bist halt immer noch kriminell dann, ja, ja. Bist du schon mal freigekommen? Hast du schon mal gesehen, was dann passiert? Nee, leider nicht. Du sponst dann beim Autohändler einfach direkt. Was, lol? Er kann nix machen, du sponst direkt beim Autohändler. Das ist lustig. So, ohne Einbuße. Alles rein. Ach, hier vorne ist ja mein Auto, perfekt. Es fügt sich, ey, meine Reifen sind kaputt. Oh, wer hat so assi. Oh, 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 ja, ja, ja. Stürm rein, ich mache Reifen. Ja. Oh, nein, knapp, daneben ist auch vorbei. Oh, nein, nein. Lass laufen, lass die festnehmen, lass die festnehmen. Ah, okay. Ah, okay. Ich halte die fest, ich halte die fest. Oh, ey, ja, ja. Ja, 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 ja. Alter, Leute, ich bin so gut mit Taser geworden, for real. Ich bin wirklich besser geworden. Ich bin wirklich so viel besser geworden, Leute. Bro, er sagt Bro. Mal gucken, Leute. Er hat die akzeptiert. Okay, okay. Schreibt mir, du bist frei danach. Ja, ja. Äh, loko. Loko, oh. Alright. So, you are free to go after that. Er kann machen, was er will danach. Ey, Leute, ich bin gespannt. Aber wieder natürlich schön in der Nacht. Ey, oh mein Gott. Ey, hat das gesendet? Ich hab grad irgendeine Nachricht gekriegt. Einkommen, Geldtransfer, 1000. Aber ich glaub, das ist nicht von ihm. Einkommen zweimal, nee, nee, das ist nicht von ihm. Bin gespannt. Ah, mein Gott. Loko auf YouTube. Aber es wird halt safe zensiert. Oh, nee, doch nicht. Oh mein Gott. Da gibt's auch nur ein Loko, der hier heißt. Ja, ne? Geld senden. Okay. Oh mein Gott, Leute. Ich bin gespannt. Das ist cool bisher. Aber die brauchen echt lange, Alter, was ist denn da, ey? Aber wirklich. Ich glaube, wir haben Angst, dass wir ihn nicht fassten, aber es ist halt das Leben eines Kriminellen. Ich meine, wir würden ihn ja wirklich freilassen. Ja, ja. Ich schreibe mal. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Yo, schieß auf ihn, schieß auf ihn. Ich habe ihn nicht bekommen. Lol. Warte. Ja, 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 wir taser dich, wir taser dich, wir taser dich. Ey. Ei, ei, ei. Ich habe ihn gleich. Hast du? Ich bin... Noch nicht, noch nicht. Oh. Ja, sehr schön. Ah, Leute, 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 Leute. Schade, 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 Alter. Alle haben versucht, uns irgendwie zu natten. Ja, wirklich bisher, ey. Aber ich habe auch noch nie ein positives. Zu schade, zu schade. Äh... I ain't giving you 8k. So. Hä? Nope, hat er vor allem nicht. Nee. Hat er auch nicht. Ich glaube, will er auch gar nicht. Well. Okay, kommst du rein? Ja, falsche Seite. Ah! Ah, ne, ist auch noch abgeschlossen. Timer ist bei mir jetzt aber 4,5 Minuten. Abgeschlossen. Ja. Ja. I can rob any time. None of it. Well. Ah, ja, Leute, alles klar. Wir sehen uns dann beim Gefängnis. Wir switchen beim Server. Bis gleich. Leute, der hat mir den Weg versperrt. Ich versperre ihn jetzt den Weg. IQ. Ne, das ist QH. Okay, er hat Glück gehabt. Leute, der ist einfach gespawnt hier. Oder nicht gespawnt? Deswegen habe ich durch ihn durchgetasert. Was mit dem? So kriminell. Straftatenanzeigen. Besitzer illegaler Gegenstände. Hä, Leute, was ist das? Ist der einfach noch gar nicht gespawnt, oder was? Ich habe einen beim Werkzeugladen. Aber der ist irgendwie noch nicht so ganz da. Also, das checke ich nicht. What the heck? Oh, oh, okay, jetzt ging es, Leute. Ähm, ja. Der wurde, glaube ich, hart gespawnt, Trapped, Alter. Ich glaube, der ist noch geladen. Ich glaube, der war noch gar nicht im Game drin. Da habe ich ihn schon festgenommen wollen. Äh, ja, äh. 8K für Freedom. Äh, jetzt gerade auf der Brücke. Ich fahre von der Zug, wo die Schienen sind. Leute, hier ist noch ein Auto. Hier ist noch ein Auto. Hier ist wer drinne? Hier ist wer drinne. Z, A. Z, A. Z, A, Z, A. Boah. Z, A. Ja, Z, das ist er. Ich habe einen zweiten. Ich habe zwei Kriminelle. Okay, ich komme. Er versteckt sich hier unter der Brücke, weil er irgendwas machen wollte. Ah, Reifen kann man ja nicht mehr kaputt machen dann. Ja, ne? Aber ich habe trotzdem nur noch 3 Minuten, 3 Minuten 40. Hier bin ich. Ah, perfekt. Jo, komm her, komm her. Äh, aber es hat keiner geantwortet eigentlich. Also ich glaube nicht, dass die korrupt sein wollen. Komm mit, komm mit, kriegst du einen. Kannst du auch einen haben. So. Jetzt hier einen rein. Zack, 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 zack. Hier den AFK-Typen. Ich hoffe, der bringt dir jetzt nicht 70 XP. Das wäre schon ziemlich unfair. Ah, der hat nur 30 gebracht. Was ist hier los? Wer bist du? HQ? HQ habe ich glaube ich gesehen als Krimineller. TQ? BB? KJ? Nee, ist nicht kriminell. Nee, 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 nee. Außer der hatte TQ. Ich glaube TQ hatte der nicht. Und der ist auch nicht mehr kriminell auf einmal. Ja, ja. Okay. Ja, warum machst du denn sowas? Er ist sogar Kopp. Aua! Aua! Ja, deswegen. Warum macht... Nee, ich meine ihn. Warum macht er sowas, nicht du? Was geht hier ab? Hier Leute noch. Wir fahren zum Juve. Ja, Juve ist so das typische Szenario. Hier will jemand ausrauben. Der Polizist wartet, bis er ausraubt. Und irgendwer wird zuerst gebrecht. Ah, jetzt sind die weggegangen. Dann bleib ich jetzt hier. Mal gucken, ob du so lange bleibst. Ich bin noch ein bisschen hazeln hier. Fuck. Fuck. Links, rechts. Okay, Leute. Wir gehen. Der fährt weg. Oh, wir haben einen, Leute. Wir haben einen. Der ist gecrashed hier vorne. Ja, ja. Hier, Parkhaus. N. Ja, genau. Der, 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 der... Ja! Wollo! Yo, nice. Nice. Yo, Leute. Wieder eine Doppelfestnahme. festnahme 8k fragezeichen das war der ich dachte sein reifen sind okay nee geht eh nicht wenn ich den festgenommen habe please stopp er sagt please stopp für 8k lass ich dich frei i will give you 8k alles klar ja da ist das ist klar ziehst du ja okay okay 321 effel möchte das war so klar sein auto abgeschlossen abhin jawoll ab im knast mit dir leute i don't give scammers ja er ist der scammers nicht wir stfu schade das wird zensiert cry baby cry und der andere schreibt auch nicht hier guck mal labi wir haben labi gefallen guck mal ronaldo holten lami ronaldo aber es hat so spaß gemacht gefühlt hatte ich auch viel mehr festnahmen als wenn ich es darauf anlegen würde festnahmen zu machen leute also keine ahnung vielleicht wird das ja das neue format checkt unbedingt bimo aus und meinen discord leute und jetzt viel spaß bei den nächsten zwei videos tschau tschau